Sie fallen uns nicht wirklich auf, aber sie sind mittlerweile fast überall. Roboter. Ich habe für heute schon meine perfekte Roboterassistentin gefunden. Das ist Metra, die kennt sich besonders gut in der Ausstellung aus. Und Metra und Miriam passt ja auch einfach perfekt zusammen. Beim Würfeln habe ich ja gegen die Maschine verloren, das wollte ich nicht auf mir sitzen lassen. Deswegen habe ich gedacht, direkt das nächste Duell im Zeichnen. Der Roboter macht ein Foto von mir und zeichnet dann anhand dieses Bildes mein Gesicht. Ja, und ich werde ihn zeichnen und mal gucken, welches Bild nachher schöner ist. Na, so sehe ich ja hoffentlich nicht aus wie der Kerl mich da malt. Die anderen Roboter hier in der Ausstellung sind dafür aber alle ziemlich cool. Und gerade wenn sie Kinder haben, lohnt sich diese Ausstellung auf jeden Fall. Wir beiden hier tragen unser Duell noch aus und zeichnen jetzt erstmal fleißig weiter. Ja, das Ergebnis des Malerei-Duells hat meine Kollegin mal mitgebracht. Also ehrlich gesagt erinnert mich das ein bisschen mehr an Chewbacca aus Star Wars. Also für den Roboter ist da wohl noch ein bisschen Luft nach oben. Aber falls Sie sich auch mal von Ihnen malen lassen wollen, wir verlosen heute drei Familientickets für die Roboter-Ausstellung in der DASA in Dortmund. Schreiben Sie uns einfach eine Mail mit Ihrer Telefonnummer an gewinnspiel-at-sat1-nrw.de. Mit ein bisschen Glück können Sie dann dabei sein.